Hallo, hier ist Katrin vom Dachscouch Team und wir starten mit unserem Rückruftraining mit den Labradoren. Sie sind Gott sei Dank verfressen, so wie meine zwei. Ich bin ausgestattet, da ist die Pfeife, die ich mitbekommen habe. Und wir werden mal schauen, wie es funktioniert. Ich nehme euch jetzt mal mit raus und dann starten wir das, wie sie konditionieren. Auf Pfeifen heißt sofort herkommen. Ok, legen wir los. Ich muss euch nur irgendwo platzieren, wo ihr das sehen könnt. So, die Stinker. Uh, war kurz dunkel. Ich bin ausgestattet. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. So, das ist das Mal, was wir jetzt noch weiter trainieren werden. Was man schon gesehen hat, ich lasse ihn warm an Platz machen. Er hat nämlich mein Training gestört. Und wenn man Training gestört, kommt kurz ins Aus und muss sich mal hinlegen und beruhigen. Also wir werden das weiter trainieren. Das heißt, im Prinzip mache ich nichts anderes, als ich konditioniere. Aber Pfeifen heißt herkommen. Ich werde jetzt viel mehr noch mit den Leckerlis arbeiten, zwischendurch die Leckerlis weglassen. Dass sie nicht nur erwarten, dass sie immer Futter kriegen, wenn es heißt, wir pfeifen. Also werden wir jetzt ein bisschen Futter einsetzen und ansonsten belohnen, indem, dass sie viel gute Aufmerksamkeit bekommen. So, und dann bekommt Bam Bam sein Training. Mal schauen, wie er das schafft. Noch muss er liegen bleiben. Okay, bis bald. Ciao.